Ja, heute geht es wieder um eure Top 3 Werkzeuge, Zuschauer, Einsendung. Ohne Ende haben wir hier auf Lager und der Max-Leser zu meiner Seite, begehrt, berühmt, berüchtigt und liebenswert, sage ich immer, hat alles vorbereitet. Ich weiß wie immer noch nichts. Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen im Querformat und wir starten hier mit dem Kollegen Ansgar. Mahlzeit, Bauforum24. Heute meine Top 3 Werkzeuge. Das wäre zum Ersten der Akkuschrauber von Makita, der DDF482. Das ist ein solides Gerät mit einem 3A Akku, völlig ausreichend und sogar einer Ladestandsanzeige am Akku. Den benutze ich in Kombination mit einem Bohrer-Set und einem Bit-Set. Die braucht man am meisten dafür, aber auch möglich in andere Kombinationen wie zum Beispiel mit Steinbohrern. Mein zweites Lieblingswerkzeug ist der Bosch Winkelschleifer von der Professional-Serie, der GWS 15125CI. Dieser ist jedoch ohne Drehzahlverstellung, was aber überhaupt nichts ausmacht. Der Winkelschleifer hat 1900 Watt, völlig ausreichend. Hier mit einer Schnellspannmutter, damit spart man sich hier diese löstigen Schlüssel, verwende ich in Kombination mit Parkside-Trenn- und Schubschreiben. Davon habe ich natürlich gleich mehrere, weil die gehen ja auch runter wie nichts. Als drittes Lieblingswerkzeug, beziehungsweise die zwei Knarrenkästen, einmal von Boxson in der 1,25 Zoll Ausführung und einmal von Gedore in der Halbzoll Ausführung. Diese Nüsse sind in dem Fall viel zahm, das ist der 19D19KMU, völlig ausreichend. Und mitgeführt werden diese beiden Systeme hier, alles schön in der alten L-Box-Ausführung. Auf diesem Wagen hier, diesen habe ich selber gebaut und der ist dafür optimal, weil man einfach alles immer dabei hat. Hat Rollen, kann man somit hin und her schieben und das war es auch schon. Macht's gut. Meinung? 482 statt 481? Ja. Es gibt auch noch ein 483, so ein Mittelklasse-Ding. Also der ist, glaube ich, vergleichbar mit dem 60C, von den Leistungsdaten. Aber halt cool, dass er auch alles auf L-Box hat und dass ich so ein Rollbrett selber gebaut habe. Ich habe mir das auch mal gemacht, halt für Sustainer. Aber ich habe halt damals den Fehler gemacht, ich habe sehr, sehr kleine Rollen genommen und er hat schon etwas größere Rollen. Und ich habe die kleineren Rollen genommen, weil die halt billiger waren. Aber eigentlich wäre es schlauer gewesen, echt große Rollen zu nehmen, weil du damit halt, wenn du echt mal irgendwie über den Asphalt fährst oder halt über den Parkplatz. Über den Asphalt. Über den Asphalt. Kopfsteinpflaster. Über den Kopfsteinpflaster. Das wäre das Worst Case. Da habe ich halt keine Chance. Ich kann halt so schön über Parkettboden, das ist alles super. Aber sobald ich irgendwie draußen damit einmal rumfahren muss, kann ich das Rollbrett vergessen. Also was ich mich frage, wie befestigst du die L-Box auf dem Rollbrett? Hast du denn so eine Halterung quasi, wo du es einklickst oder hast du es festgeschraubt? Ich habe so wie er so eine Grundplatte. Auf der unteren Seite sind halt die Rollen und oben habe ich so einen kleinen Holzrahmen gemacht, wo genau der Sustainer halt schnack reinpasst. Sodass er auch gerade so reinpasst. Also noch nicht mal Luft hat der. Gibt es da nicht Grundplatten für? Ja, klar. Kannst du kaufen, ne? Und wie könntest du dann meinetwegen auf das Brett schrauben? Ne, es gibt halt so ein richtiges Zuwörter, das ist halt so ein richtiges Rollbrett und da klickst du den einfach ein, den Sustainer. Ja, aber ich würde ja dann, ich würde ja das Rollbrett einfach bauen. Also einfach Brett, Rollen runter und dann eine Grundplatte. Okay, achso. Ja, das ist auch eine coole Idee, aber ich weiß nie, ob es so eine Grundplatte gibt. Ja. Müsste mal mal gucken. Guck mal, Brockschmann hat wieder keine Ahnung, ist ja auch nicht vorbereitet. Das ist ja das Format hier. Wenn ihr das wisst oder wenn ihr euch Rollbretter schon selbst gebaut habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann fiel mir auf, er hatte... Winkelschleifer. Winkelschleifer. Ein GWS 125 15. Ja, Netzgerät, was sagt er, 1900 Watt? Ja, oder 1200, habe ich vergessen. Aber schon ordentlich Wumms. Unsere hat hier 880 Watt. Ja, das ist im Prinzip ja somit die günstigste Gelegenheit, hier ein blaues Gerät zu haben. Ist jetzt nicht vergleichbar mit den Winkelschleifern aus der blauen Serie, die dann, was weiß ich, zwischen 100 und 200 Euro sind, aber irgendwie um 50 Euro. Und der hat nur 880 Watt. Und was ich mich frage, warum heißt der GWS 880, also für die Leistung, und der andere heißt GWS 125 für den Schleifscheibendurchmesser. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Es gibt ja sogar noch eine kleine Reflex. Ich glaube, die hat nur knapp 600 Watt oder 500, ja. Ja, vielleicht ist das wahrscheinlich nur eine 15er. Eine Sache war ja noch mit seiner Mutter, die er hatte. Er hat ja diese Mutter ausgetauscht gegen so eine... SDS-Click nennt sich das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was die kostet. 15, 20 Euro? Ja, irgendwie sowas, ja. So mit dem Dreh. Verlinken wir euch gerade mal unten in der Beschreibung. Das ist schon ganz lässig. Aber die trägt etwas dicker auf als diese hier. Was ich ganz interessant fand, dass er hier Verbrauchsmaterial von Parkside hat. Ich weiß nicht, wie euer Feedback da ist, wenn ihr Parkside-Scheiben mal im Gebrauch hattet mit anderen Scheiben. Ich habe zwar keine Scheiben von Parkside, aber ich habe mal so einen Schwung hier S&R von Amazon. Bisher keine Beschwerden, ne? Da haben wir auch schon ein paar so verbraten. Klar. Relativ preiswert mit dem X-Log-System. Oder ansonsten kannst du ja auch Scheiben von Bosch oder von Pferd. Pferd, ja. Die machen ja auch ganz gute, bekanntermaßen. Und Thema Schnellwechsel, da ist natürlich X-Log hier am Start. Und die X-Log-Scheiben sind gar nicht so viel teurer. Kommt jetzt auch bei Makita, ne? Ja, Makita hat jetzt auch X-Log, genau. Dann hat er Proxxon Knallenkasten und Gedore. Genau, ein Viertel und ein Halb. Ja, und ein Viertel ist hier auch nochmal so eine kleine Proxxon Mikro-Knarre. Die ist aber direkt für Bits, ne? Jo, so ähnlich wie halt die Vera, ne? Genau, geht so ein bisschen in den Bereich. Ich glaube so um die 15, 16 Euro habe ich bezahlt. Das ist auch schon ein besserer Preis als für die von Vera. Aber ich glaube, die kostet ja solo, glaube ich, um die 40 Euro. Ja, ja, ja. Also die haben wir ja, glaube ich, auch hier, ne? Es war sehr schön gearbeitet, aber ich glaube, ja, 40, 50 Euro. Eigentlich unfassbar. Aber weiter geht's hier im Zirkus mit dem Klaus. Auch ich wollte mich beteiligen mit meinen Lieblingswerkzeugen. Da wäre zum einen mal die Bosch GOP 4030. Ich verstehe gar nicht, warum Handwerker immer so schimpfen auf die Multitools. Ich als Renovierer muss sagen, die ist super. Gerade wenn es eng wird, komme ich überall damit hin. Ein klasse Gerät. Dann war mein Lieblingsgerät, meine alte Bosch CB850RLT. Die habe ich mir mit 15 Jahren zum Geburtstag gewünscht. Mittlerweile habe ich es hierbei abgelöst durch meinen neuen Liebling, meinen Bohrhammer von Bosch. Das ist der GBR 2600. Wie gesagt, ich bin Renovierer und nicht Handwerker. Und das Ding kommt überall durch. Und durch das Wechselbohrfutter kannst du halt alles reinschrauben, was du reinschrauben willst. Okay, und dann habe ich noch etwas Ungewöhnliches vielleicht. Hier, die finde ich auch, der Hammer, Knipex. Das sind meine Zangen. Ja, cool. Die Knipex-Zangenschlüssel. Und eine neue Beruflichkeit. Der ist nicht Heimwecker, sondern Renovierer. Haben wir, glaube ich, so auch noch nie gehört. Was ist denn wo Renovierer? Ich glaube, er versteht sich auch als Renovierer erstmal so, als erstmal derjenige, der erstmal platt macht. Aber auch neu macht. Ja, klar, aber erstmal. Deswegen hat er auch den Fubar, erstmal platt macht. Ja, genau. Fubar hat er gar nicht erwähnt. Das ist im Prinzip eine kleine Meinungsverstärker. Haben wir euch auch schon öfter gezeigt. Und Renovierer erinnert mich auch gerade so an unser Herrenzimmer im altenglischen Stil, was wir ja gerade hier so realisieren. Wir haben ja schon den Fußboden fertig. Aber nächste Woche kommt ja der Christian. Ja. Hilft uns beim Tapezieren. Und dafür müssen wir jetzt erstmal von der einen Wand die alte Tapete runter. Obwohl ich die ja vor einigen Jahren noch hier komplett renoviert habe. Komplett Wände gespachtelt, Rauchfaser drauf. Und das kommt jetzt alles ab. Aber wäre schön, dass wir uns leiden. Die Zangenschlüssel ist ja auch von begeistert. Ich habe sie am Wochenende tatsächlich auch wieder gebraucht. Sehr gut. Weil auf der einen Seite, du kannst ja Mutter mit drehen oder schrauben. Aber du kannst auch greifen. Ja. Du hast halt nur nicht so einen langen Weg zum Greifen. Jetzt wie bei einer normalen Wasserpumpenzange. Ja. Da ist der Weg ein bisschen. Obwohl, ja, kommt drauf an. Ja. Wenn du jetzt hier zum Beispiel die größere Knimpex siehst. Die hat natürlich mehr Verstellweg. Aber die arbeitet noch nicht parallel. Aber das ist auch der nächste Teil, was du ja auch angesprochen hast. Dass du halt hier so eine glatte Schneide hast. Beziehungsweise es gibt auch so Schutzkappen dafür. Sodass einfach gar nichts mehr passiert. Und das hast du bei einer Wapu oder bei einer Wasserpumpenzange natürlich nicht. Du hast immer dieses Profil. Und das drückt sich dann natürlich halt sofort in den Werkstück rein. Ich wette, das kennen auch alle Zuschauer. Du bist irgendwo mit einer Wasserpumpenzange. Musst irgendwie was am Waschbecken oder eine Mutter oder irgendwas. Du hast aber gerade kein anderes Werkzeug zur Hand. Und dann musst du mit dieser Wasserpumpenzange irgendwo rangehen. Und nachher hast du hier dieses schöne Zahnmuster auf dem Teil, was du da irgendwie festgemacht hast. Und ärgerst dich. Als Miniset mit der kleinen Wapu. Auch eine Empfehlung. Gibt übrigens jetzt mittlerweile noch eine kleinere Wasserpumpenzange von Knirpex. Die ist noch kleiner. Ich glaube 125 oder so. Die müssen wir uns mal besorgen. Ja, dann hat der noch den Bosch Hammer gehabt. Den GbH 2600. Auch eine coole Maschine. Gerade, was hat er auch gesagt. Ich mag das halt auch mit diesem Wechselbaufutter. Dass du halt auch SDS hast, aber halt normales Bohrfutter. Weil das halt zum Renovieren halt auch wieder geil ist. Ich habe letztens auch bei jemandem geholfen. Der hat ja auch genau die Maschine. Und das ist halt echt sehr, sehr universal. Weil du kannst natürlich halt erstmal wegstammen etc. Fliesen spiegeln. Dafür reicht das völlig. Dafür ist es ja auch sehr, sehr gut. Weil er ja auch angenehm ist vom Gewicht. Und du hast natürlich auch, wenn du nachher irgendwie Putz anrühren musst. Oder so Rotband etc. Kannst du natürlich auch mit der Maschine machen. Natürlich jetzt nicht so riesen Mengen wie natürlich im richtigen Rührgerät. Aber du kannst halt damit auch arbeiten. Das ist halt echt das Geile. Und ich glaube, das gefällt ihnen halt da auch sehr dran. Wobei man sagen muss, dass so ein Wechselbaufutter auf SDS natürlich jetzt von der Präzision nicht so 100 Pro ist. Also da wird es jetzt wahrscheinlich nicht Metall mitbohren, wenn es wirklich auf Präzision ankommt. Aber um eben mal zu bohren, passt das schon. Das war schon eine gute Sache. Hat der GBH 26F, hat das ja auch im Lieferumfang, also wie wir ihn haben. Genau der F. Und es gibt ihn ja noch nur als GBH 18V 26. Und der hat das nämlich nicht. Hatten wir auch schon ein paar Leute jetzt auch in den Top 3 Werkzeugen, die ja auch dieses Werkzeug gekauft haben. Sich dabei nicht richtig informiert haben, weil sie dann gesehen haben, okay, es gibt ja noch den F, der gerade dieses Wechselbaufutter hat. Und das macht meiner Meinung nach schon echt Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dieser Preisunterschied ist, aber man sollte dem Preisunterschied auf jeden Fall mitgehen, weil das ist echt schon eine feine Sache. Wir machen mal folgendes, wir verlinken mal beide Versionen unten in der Beschreibung, könnt ihr euch nochmal angucken. Aber im Zweifel auf die F-Version und mit der Staubabsaugung. Die ist natürlich auch mega, die du beim F haben kannst. Was ich noch cool fand bei der Bosch CSB vom Design, 1985 musst du dir vorstellen. Und ich finde das Design eigentlich zeitlos mit den ganzen Knöpfen und so und auch die Farbgebung mit dem Orange und mit dem Grün. Finde ich cool. Ach schon, und Multicutt hat er angesprochen, dass da viele Handwerker darauf fluchen, wo ich dann gedacht habe, hä, echt? Also eigentlich ist das ja ein Segen für die Handwerker, so ein Oceller Gerät. Ja, vielleicht meint er auch, dass einige Leute den grünen Bosch verflucht haben, weil er von der Leistung und vom Geräuschlevel nicht so toll war. Aber da nochmal ein Verweis auf unseren Systemvergleich, den wir gemacht haben neulich. Da hatten wir auch diese Multicutter von Einhell, Ryobi, Bosch und Milwaukee mit deutlichen Unterschieden. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, da oben in die Infobox klicken, da habe ich das gerade verlinkt. So, jetzt geht es weiter mit dem Hagen. Ja, guten Morgen, ihr beiden. Ich bin da Hagen aus Stuttgart und unsere Baustelle, wie ihr vielleicht ein bisschen erkennen könnt, ist größer. Die hat ungefähr 1300 Quadratmeter und ist von 1961. Geil. M-Klasse? Was heißt 169er? Oh, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall die ältere mit den runden Spiegeln. Also das Grundstück natürlich. Und wir brauchen da echt viel an Werkzeug und mein Hammerwerkzeug wäre wahrscheinlich der Bagger, wenn es mein eigener wäre, ist er aber nicht. Aber hier könnt ihr auch schon unsere Nummer 1 erkennen, nämlich den Anhänger. Das ist ein Ansems GTB 1200, Aluhänger, eine Tonne Nutzlast ungefähr. Da hat von mir hier noch ein paar Rückfahrstrahler bekommen, weil wir doch irgendwie ab und zu auch im Dunkeln unterwegs sind. Da haben wir auch im Winter angefangen. Ja, der hat eine kleine Info-Kleidung bekommen aktuell, weil wir einfach viel Schutt wegfahren und haben auch noch Rückwände. Da kriegen wir fast dreieinhalb Kubik rein. Das ist mal ganz gut. So, hier haben wir unsere Top 2. Das ist der Bosch GSH-11VC Abbruchhammer. Damit kriegt man echt alles klein. Das ist wirklich robustes Gerät. Wie natürlich jeder Helfer auch mal vergewaltigen dürfen auf unserer Baustelle. Funktioniert wirklich gut. Und auch die Dämpfung ist sehr gut. Also arbeiten damit macht Spaß. So, hier kommen wir zu unseren Top 3 Werkzeugen. Das sind zwei Makita Kettensägen. Gerade dadurch, dass das Grundstück groß ist mit Akku. Wobei eher zum Fällen mit dem 35 cm Schwert. Ich denke, als nächstes werde ich da auch ein 40er Schwert dran machen. Die Duc 353. Und für kleine Arbeiten oder auch mal natürlich nicht in einer Hand. Die Duc 254 kann ich wirklich empfehlen. Allerdings halten wir für das Ganze, was man hier so sieht. Natürlich auch noch ein bisschen Unterstützung von der einen oder anderen Kettensäge mit Benzinmotor. Gerade zum Kleinmachen, wenn es dann gefällt ist, hilft das schon. Ich würde euch hier gerne noch mehr zeigen. Wir haben so viel Werkzeug da. Wir werden noch so viel Werkzeug benutzen. Aber das war jetzt wirklich das, wo wir bisher am meisten verwendet haben. Mal schauen. Vielleicht musst du einfach mal ein zweites Video noch machen. Du hast einiges an Arbeit. Also das sah schon süß aus. Ja, ich glaube, über 1.300 Quadratmeter. Grundschiff. Ja, auf jeden Fall. Was ich absolut nachvollziehen kann und mit Sicherheit du auch, ist Anhänger. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch der Erste, der sowas auch damit reingenommen hat. Und da habe ich dann auch bei der Sichtung gedacht, okay, das ist smart. Weil, ja, was machst du denn, wenn du so ein Projekt hast wie er mit seiner Family? Du hast jetzt nur ein schicken SUV, aber du willst auch nicht alles da im Kofferraum machen. Und dann bist du ja nie fertig. Und dann, okay, eigentlich ein cleverer Schafzug, okay, ich kaufe mir einen Anhänger. Und, ja, wenn das Haus dann fertig ist, dann entweder beeile ich den oder verkaufe den halt wieder. Und von daher eigentlich echt eine coole Lösung. Weil ich mag ja unseren Kofferanhänger total gerne. Also ich bin jetzt kein Profi-Anhänger. Wir haben ja zwei Anhänger, wir haben ja diesen Kofferanhänger. Und wir haben ja diesen, ja, wir nennen immer diesen Pferdeanhänger. Im Moment, ich sehe jetzt einen, nein, der nennt ihn nicht Pferdeanhänger. Ja, das ist kein Pferdeanhänger. Naja, aber er ist von der Bauform. Das ist das Chassis. Okay, ja. Und auf jeden Fall fahre ich... Und das sind beides Kofferanhänger. Ja, aber ich fahre mit dem schmalen Kofferanhänger total gerne, weil der auch nicht breiter ist als das Auto. So, weil wir haben den S-Mix ja relativ breit und der eine Kofferanhänger, mit dem ich so gerne fahre, der passt genau dahinter. Den siehst du dann gar nicht, ne? Ja. Weil du nicht dran denkst. Ja, und ich fühle mich halt irgendwie sicherer. Und ich glaube, den gibt es ja sogar noch höher und sogar noch ein bisschen länger, ne? Ja. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch mal das Video an, was ich da euch gerade oben verlinke, als wir nämlich unsere beiden Anhänger gekauft haben. Und ursprünglich wollte ich ja nur den großen Kofferanhänger kaufen. Kleiner wäre auch cool. Die haben wir damals von Kochanhänger und die Anhänger gehen jetzt gerade ins dritte Jahr, werden wirklich häufig gebraucht. Und für mich war das auch die absolut richtige Entscheidung, den großen zu nehmen und den kleinen. Weil zum Beispiel jetzt hier wirklich große Sachen brauchst du den großen. Wenn du Motorrad mal transportieren willst, wie letztens passiert, brauchst du den großen. Aber dieser Kleine hat ja irgendwie ein Eigengewicht von um die 150 Kilo. Ja. Ist im Prinzip rein. Das Chassis ist noch verzinkter Stahl, aber ansonsten nur Aluminium-Edelstahl. Genau. Würde ich komplett bis in den letzten Winkel. Lustigerweise war Max heute gerade wieder los und hat hier mal die halbe Werkstatt wieder mit OSB gefüttert. Perfekt. Also die OSB-Platte ist ja immer 2,05 Meter und unser Anhänger hat, glaube ich, ein Innenmaß von 2,06 Meter oder sowas. Also es passt perfekt. Und dann den Bosch-Abbruchhammer. Ja. Da hattet ihr auch mal nachgefragt, ob wir mal reine Abbruchhämmer testen. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Wir hatten nochmal Testgeräte angefragt. Da ist aber in der letzten Zeit nicht so viel passiert. Aber nochmal der Verweis auf unser Video mit den Abbruchhämmern, mit den Kombihämmern. Genau. Das war ja ganz interessant. Da haben wir einen Parkside gegen Bosch und Metabo laufen lassen und Parkside hatte gar keine Chance. War im Prinzip der Verlierer. Obwohl der Parkside auch ein reiner Abbruchhammer war. Stimmt. Und dafür war er noch deutlich schlechter. Ja, genau. Aber du hast am meisten von, also war am nachhaltigsten, zumindest in der Wirkung in den Hand. Ja, das stimmt. Ja, cool. Dann geht es weiter mit Marco. Hallo, liebes Bauform24-Team. Auch ich möchte euch heute meine drei Lieblingswerkzeuge vorstellen. Dazu zuerst mal meine Stihl 038 AV. Hat noch echt Power. Trotz ihres hohen Alters habe ich von meinem Großvater geerbt. Perfekt zum Fällen oder Ablängen von Bäumen. Zum Entasten dann die kleine 017. Zweites Lieblingswerkzeug ist mein GSR MX2 Drive. Den habe ich von euch geschenkt bekommen. Super Alltagshelfer. Vor allem gerade beim Umzug und bei der Renovierung. Wenn es dann mal draußen doch was mehr Power benötigt, nehme ich den GSR 18V 85C. Der hat echt Leistung und kommt überall durch. Dann mein drittes Werkzeug ist mein Sheppach HL15 100 Twin. Der hat mit 15 Tonnen echt genug Power, um auch Meterstücke mit vielen Ästen zu spalten. Und wenn es dann mal doch die kürzeren Stücke sind, kann man hier die Stufen drunter klappen. Somit sehr vielseitig. Super Helfer. Hat mir schon viel Arbeit erspart. Ich bedanke mich für euer Format. Weiter so und bis zum nächsten Mal. Euer Marco. Der Schlüssel in den Spaltautomat. Hatten wir glaube ich auch noch nicht. Ja. Ich habe mit dem Holzspalter schon bei uns gearbeitet. Und da hat das Ding aber ein Leck in der Hydraulik gehabt. Und ich habe mir die ganzen Terrassenplatten versaut. Ich habe das auch erst nicht gemerkt. Dann hatte ich die ganzen Platten voller Öl. Und das zieht ja in den Stein ein. Fand ich nicht so toll. Und was mich damals genervt hat bei dem, den wir hatten, war, der war relativ langsam. Also du spaltest das Holz, das ist noch ganz interessant. Aber dann halt die Rückwärtsbewegung wieder. Dass das Ding wieder und du den nächsten dann runterlegen kannst. Finde ich immer. Ich weiß nicht, wie die sind von der Geschwindigkeit. Ansonsten, was hat der als erstes? Kettensägen? Kettensägen, genau. Genau. Das passt ja auch wieder ans Thema. Ist glaube ich auch ein nettes Hobby. So als Heimwerker, als Hausmann, so ein bisschen Camino zu machen. Hat auch irgendwie sowas, was, 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 was Urisches irgendwie. Irgendwie, ja, ich muss hier Holz machen, damit die Familie es irgendwie warm hat. Gar nicht mehr nachvollziehen. Obwohl ich glaube, ich war so noch mehr der Freund, das alles nur mit Hand zu spalten. Aber ich glaube, wenn du da immer mal 15 Kubikmeter vor dir liegen hast, dann freust du dich auch, wenn du dann halt so ein Maschinenchen dabei hattest. Der hat ja zwei Größen gehabt. Irgendwie eine zu zum Pfellen. Ja, eine 40 hatte der, glaube ich. Ja, und dann hat irgendwie so eine kleine, vielleicht so mit einem Asten, etc. Den GSR, den TwoDrive. Und der war tatsächlich bei uns aus der Verlosung. Das hatten wir ja letztens auch schon mal. Weil da war auch irgendjemand, der was bei uns gewonnen hat. Der Bosch Hammer. Und dann die Katana 500. Nee, das... Doch, das war die 500. Ja, war das die... Nee, das war eine kleine Katana. Eine kleinere. Aber dann hat mir der mit der 500 ein Foto, glaube ich, geschickt. Oder irgendwas war das so. Die aus der Mensch gegen Maschine. Ja. Und ja, das Bosch sah alles relativ neuwertig aus. Und gut gepflegt. Und gut gepflegt. Ja, stimmt schon, ne? Also wir haben den ja euch neulich im Livestream nochmal gezeigt, was der so drauf hat. Ich habe gehört, es gibt ihn leider aktuell nicht mehr. Und die, die es noch gibt, werden jetzt schon zu ganz schön krassen Preisen gehandelt. Endlich? Ja. Hat mir auch einer bei Insta, glaube ich, geschrieben. Der sagte, ja, gibt's nicht mehr. Ich glaube, ja, auf Insta hat mir das einer geschrieben. Der sagte, gibt's nicht mehr. Und seitdem die nicht mehr produziert werden, sind die Preise ziemlich hochgegangen. Weil, schon praktisch. Krass. Ja. Wenn sie das Ding jetzt noch hätten, mit Lademöglichkeit über USB oder so, das wäre noch cool, ne? Ich habe auch hier paar richtig schöne Schnittbilder. Ich hätte das gerne mal in Action gesehen. Jo. Jo. Und den Trecker. Den muss er nochmal nachliefern. So, weiter geht's mit Michael. Ja, hallo, schönes Bauform24 Team. Hast du gehört? Schönes Bauform24 Team. Bin mal Tons. Hallo André. Hallo Max. Bin der Michael aus Österreich. Und ich stelle euch meine Top 3 Werkzeuge vor. Krass. Jetzt ist jemand aus Österreich. Und der gibt sich wirklich Mühe. Also, relativ hochdeutsch zu sprechen. Aber ich habe eigentlich... Wäre mal interessiert, wenn auch einfach einer einfach so halt freie Schnauze spricht. So wie halt Oma spricht mit Samo. Oder wenn wir mal Leute aus der Schweiz haben, die uns mal ein Video schicken, die sollen mal richtig, richtig ihren Dialekt sprechen. Das wäre auch mal ganz witzig. Allerdings müsste sie es dann vielleicht noch synchron übersetzen oder so. Nummer 3. Dann haben wir das Set vom Viha. Das sind VDE-Schraubendreher. Und auch gleichzeitig die Installationszange von Knipex. Alles VDE geprüft, also bis 1000 Volt. Dadurch, dass ich gelernte Elektriker bin, schätze ich gutes Werkzeug. Nur zu was sicher ist. Sehr. Bin sehr zufrieden mit diesem Set. Würde es jedem Elektriker weiter empfehlen. So. Platz 2. Habe ich meine kleine Sammlung, wirklich kleine Sammlung von meinen 12 Volt Geräten. Dieser hat, von denen Platz 2 hat Platz 1 da, der BS12A von Wirt. Dann dicht gefolgt, die kleine Akkukreissäge, die GKS 12-26 und dicht dahinter die Kantenfresse, auch von Bosch, die GKF 12 Volt Strich 8. Übrigens, mit diesen zwei Geräten habe ich da die Platte, also eine 27 mm starke Dockerplatte, locker bearbeiten können. Also, die Maschine zieht verdammt gut durch. So, Platz 1 ist mein Leatherman, der George. Hab den jeden Tag mit in der Arbeit. Ein besseres Kabelmesser habe ich so noch nicht gesehen. Noch dazu, mit Zange, mit allen Drum und Drum und mit Bittersätze. Ja, kurz noch dazu, was ich so bei mir daheim fabriziere, unter anderem, sieht man nicht ganz, oh ok. Man kann es sich ungefähr vorstellen. Ok, gut. Das war's von mir. Dann bis die Tage. Tschüss. Modellbau finde ich ja nice. Ja. Hattest du mal so eine Phase? Ja. Es gab immer so Lager. Es gab die Leute, die Flugzeuge geflogen haben, aber die mochten die Leute nicht, die Autos gebaut haben. Das war so meine Erfahrung. Ich habe beides gemacht. Echt? Ja. Wobei ich viel Autos gemacht habe und da weiß ich noch, dann hattest du irgendwie ein neues Modell und dann war ich die ganze Nacht, habe ich da dran gebaut, bis das Ding fertig war und ich am anderen Tag fahren konnte. Da war ich auch echt komplett im Tunnel drin. Elektro oder Benziner? Sowohl als auch. Aber früher mehr Benziner und dann Elektro. Ich hatte leider nur einen, aber mit dem bin ich echt sehr, sehr gerne gefahren. Und dann habe ich mich sogar einmal im Kofferraum gesetzt oder durfte mich in den Kofferraum setzen und dann durfte ich mit meinem Renner hinterher fahren. Ich hatte so ein Buggy, weil ich wollte immer ins Gelände fahren. Es gab ja diese Flachbahnrenner, dann gab es diese Buggy, dann gab es die Monster Trucks und ich hatte immer so ein Buggy. Aber gut, was hat der noch für Werkzeuge gehabt? Also Bosch hatte der gerade, Kantenfräse, Handkreissäge. Genau, 12 Volt. Ja, kann man sagen. Passt. Aber dann auch wieder ein WIRT-Akkuschrauber, wo ich mir dann denke, hm. Ja gut, ist ja ein Bosch. Ja, ja, klar. Aber wie kommt der dann auf den WIRT? Genau, das meine ich. Vielleicht wird die Mutter zum Kind oder geschenkt bekommen oder WIRT-Vertreter kam vorbei. Dann hat er gesagt, hier nimm mal. Nimm mal. Ich weiß nicht, wohin damit. Unser Neha-Set. Ja, die Installationszange ist cool von Knippex. Die verlinken wir euch gerade mal unten, weil die vereint ja mehrere Funktionen im Prinzip. Du kannst Kabel mitschneiden, du hast so eine Spitzzange, so ein bisschen Kombizange mit dabei. Und was er noch hatte, war der Leatherman. Leatherman oder Multi-Tools hatten wir euch ja auch mal gezeigt. Hatten wir den Leatherman Charge auch? Weiß ich gar nicht. Nee, Charge hatten wir nicht. Aber wir hatten zumindest welche auch mit Bits. Klar. Ja, aber bestes Kabelmesser? Schlussendlich muss ich halt auch mal wieder sagen, ist das Swiss-Tool für mich halt auch mal noch die bessere Alternative. Es sieht halt nicht so spektakulär cool aus. Also Leatherman, die sehen halt alle cool aus. Das sind Amis, ne? Das muss man ja halt so lassen. Der Schweizer ist ein bisschen in der Center. Genau. Zwar ist es halt auch sehr, sehr schön vom Gehäuse, weil es sehr schön hochpoliert ist. Aber so rein vom richtigen coolen Look ist halt Leatherman-Froren. Das muss man halt so sagen. Ja. Ich glaube, das zieht auch die meisten Leute zu Leatherman. Ja. So, weiter geht's mit dem Jens. Aber mir wird ein bisschen warm. Ja. Ach, das ist so ein neues Shirt. Ja. Ich hab's vom Chef gekriegt. Ja? Du hast dich hochgearbeitet. Ja. Nice. Du hast da richtig... Was steht da drauf? Was steht denn da? Ivan im Ärmel? Ja, ich find ja so Shirts mit Sprüchen eigentlich ein bisschen doof. So, weiter geht's mit Jens. Hallo, liebes Bauforum24-Team. Ich bin der Jens. Bin 19 Jahre alt. Und das sind meine Top 3 Werkzeuge. Der Parkside PBS A12C2. Dazu das passende Bitset von Workzone. Leider schon in die Jahre gekommen. Und ein wenig Rostig. Ist aber richtig praktisch. Von Powerfix der Rätschenkasten. Ein bisschen Auswahl am Autoschrauben oder auch generell nur mit ganz normalen Bits. Die Nummer 3 ist die Einhellzug-Kack-Gärungssäge. TCSM 2131 Dual. Und was in keiner... Ja, bei mir ist jetzt Garage die Werkstatt. Aber in keiner Werkstatt fehlen darf. Eine Musikbox. Von Silvercast. Da würde ich mal sagen, hier. Die Silvercast Bluetooth-Box. Das ist ja wohl mal eine dreiste Kopie von den Kollegen hier. Marshall. Da haben wir mittlerweile auch mehrere. Eine große wie diese. Dann haben wir noch eine mit Akku. Finde ich sehr cool. Da hatten wir euch aber auch mal im Baustellenradio-Special gezeigt. Und ich habe gesagt, eigentlich finde ich das vom Sound her cooler als die meisten Baustellenradios. Bei weitem. Du hast natürlich jetzt hier nicht Spritzwasser geschützt und solche Geschichten. Aber man muss mal entscheiden. Aber gerade jetzt hier für die Werkstatt sehe ich das Ding definitiv weit vorne. Haben wir jetzt auch schon öfters gehabt, dass die Leute sich auch richtig dicke Anlagen oder eine alte Anlage in die Werkstatt gebaut haben. Mit unfassbar großen Boxen. Ich weiß gar nicht, was wir mit versuchen wollen. Und die einfach die Maschinen-Sound damit übertönen wollen mit ihrem Radio. Aber ich bin auch irgendwie auf seiner Seite. Also du musst halt immer so ein bisschen Beschallung haben. Auf der Baustelle. Sei es so ein Radio oder ein Podcast oder sowas. Ohne ist das ja echt mega langweilig. Gerade wenn du so eintönige Sachen hast. Gerade wenn ich halt immer am Schleifen bin. Und ich weiß, ich muss bestimmt anderthalb, zwei Stunden schleifen. Und wenn du dann keine Musik hast, dann gehe ich auch fast gar nicht in die Werkstatt. Weil ich brauche halt irgendwie immer was, damit halt auch die Zeit besser rumgeht. Oder halt mit Kopfhörern. Aber mit Kopfhörern arbeiten, boah, das regt mich immer auf. Warum? Ich habe keine Bluetooth-Kopfhörer, sondern halt eine ganz normale mit Kabel. Und dann bleibst du immer überall hängen. Du weißt nicht, wo das Handy ist. Dann musst du das Handy irgendwo hier. Aber du hast halt keine Brusttasche. Und dann bleibst du irgendwo mit dem Kabel. Geht gar nicht gut. Vor allen Dingen, weil du dir immer denkst, ja, ich weiß ja, ich habe das Kabel hier. Jetzt passe ich auf. Nach zwei Minuten hast du es schon wieder vergessen. Passt nicht auf. Was hörst du denn für Podcasts momentan? Fest und Flauschig. Ja. Jan Böhmermann und Olli Schulz. Genau, und gefühlte Fakten. Ich höre in letzter Zeit viel den Podcast von Atze Schröder und Leon Windscheid. Weißt du, wer Leon Windscheid ist? Nee. Das ist der Typ, der bei Günther Jauch eine Million gewonnen hat. Und dann die MS Günther gekauft hat. Ja, okay. Die jetzt MS Günther heißt. Die ist ein Partyschiff auf dem Kanal in Münster. Also wenn ihr Podcasts hört, gerade in der Werkstatt, gerade beim Werkeln, dann merkt euch mal fest und Flauschig. Und mein Tipp wäre gerade Betreutes fühlen. Also von mir bekommt ihr heute nun auch die Top 3 oder auch Flop 3 Werkzeuge. Da wollte ich mich auch gerne mal anschließen. Und dann starten wir auch gleich. Und zwar bei mir in der Werkstatt gibt es tatsächlich einen kleinen Kompressor. Dann meine Top 1 ist die Bosch GTS 10 XC. Habe ich seit einem halben Jahr und leistet super Arbeit und ist auch sehr genau ideal für meine Ansprüche. Und dann haben wir noch die Hobelbank von meinem Opa, die ich übernommen habe. War Tischler so wie ich. Und meine Top 2 ist dann das Japan-Sägen-Set. Leistet sehr gute Arbeit beim Zinken zum Beispiel oder auch für andere filigrane Sägearbeiten, sage ich es mal, wo man mit ein bisschen Gefühl beigehen muss. Top Werkzeuge, besonders auch für Harthold super geeignet. Dann mein Top 2, beziehungsweise ist ja schon Top 3 jetzt. Dann den Exzenterschleifer von Bosch. Leistet sehr gute Arbeit, auch trotz des Filterkastens. Habe ich nur positive Erfahrungen mitgemacht. Funktioniert super, die Staubabsaugung, beziehungsweise, dass der Staub dann in den Kasten fällt. Habe ich keine Probleme mit. Ja, Ole hatten das schon mal. Ole hatte damals, glaube ich, seine Flops gezeigt. Ja, Bosch GTS 10 XC. Gibt es ja mittlerweile seit einiger Zeit auch schon die überarbeitete Version mit der geteilten Spanschutzhaube. Wir haben hier in der Werkstatt noch die ältere Version. Genau, wir haben noch nicht die geteilte Spanschutzhaube. Ansonsten haben wir auch die Erweiterung mit der Triton Oberfräse in der Einlage. Aber das Problem ist, wir haben ja hier so viele Sägen und deswegen kommt die XC relativ selten bis eigentlich gar nicht zum Einsatz. Aber wir haben sie trotzdem lieb und dann den Exzenterschleifer. Ja, ohne externe Absaugung würde ich die nicht betreiben, auch wenn die natürlich diese integrierte Absaugung haben. Aber ich habe da nicht so gute Erfahrungen mit. Und gerade wenn du jetzt hier so große Flächen schleifst oder so, du hast einfach schneller, dass sie sich zusetzt. Und dann hat er eine Hobelbank gehabt, also von Opa. Das ist halt schon echt eine Rarität, so eine Hobelbank. Gerade wenn man das halt, also erstmal an sich für das Werkzeug ist das sehr, sehr praktisch. Aber wenn man dann sogar noch hingeht und sagt, okay, das ist von meinem Opa, der ist halt auch Tischler, der hat auch schon daran gearbeitet. Ist ja noch um Faktor 10 viel, viel cooler. Und umso schöner, wenn halt der Enkel da jetzt auch irgendwie dran geübt hat für so eine Prüfung, das Zinken etc., wo wir dann auch schon wieder bei seinen Japansägen sind. Und sogar ein sehr ausführliches Set. Ich glaube, jedes Modell hat der vertreten da in seinem Segeltuch. Bin halt auch ein Riesenfan von Japansägen, weil du hast ja den Vorteil, erstens hast du mal ein sehr, sehr filigranes Blatt, wo du dann auch sehr, sehr filigranes Schnitte mitmachen kannst. Und die sind immer sofort einsatzbereit. Also die sind ja immer halt gehärtet, die Zähne. Das heißt sofort, du kannst halt sägen, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie einen Fuchsschwanz etc. kaufst oder eben auch fein sägen, ist das manchmal so, dass sie gar nicht, es gibt keine Ausführungsschärfe. Das heißt, du musst halt immer selber noch deine Säge einstellen. Was zum einen auch den Vorteil hat, dass du deine Säge sehr, sehr präzise für dich, für deine Anwendung einstellen kannst. Aber es erfordert halt auch das Geschick und das Know-how, dass du das machen kannst. Du musst jetzt zum Beispiel bei so einem Fuchsschwanz, musst du halt erstmal die ganzen Zähne schränken und dann halt feilen. Und das ist halt schon echt... Aber nicht bei so einem Ding, den du aus dem Baumarkt kaufst. Ja, aus dem Baumarkt nicht, aber wenn du so hochwertige Sachen kaufst, ne? Sowieso, okay. Und da musst du alles noch selber machen. Aber Fingerzinkenverbindungen machst du auch nicht, ne? Doch, Fingerzinken habe ich auch schon gemacht. Aber mal, aber dass du sie häufig machst und dann wirklich so sägst und so... Also das ist schon high-end, ne? Das ist schon wirklich... Ja, aber high-end ist das nicht. Das ist einfach nur mega aufwendig, ne? Also wenn du die Möglichkeit hast, entweder du schneidest eine Gehrung oder machst halt Fingerzinken, sag ich dir, sind 90% auf jeden Fall bei der Gehrung dabei. Weil da bist du ja einfach viel, viel schneller in der Produktion. Fingerzinken, also... Es ist halt das Schöne an dem Tisch, solche alten Sachen werden halt noch mitgegeben, auch wenn es halt vielen echt auf den Sack geht. Aber erstens ist es echt eine feine Herausforderung, und das lernt ja echt das saubere Arbeiten. Der guckt ja Johannes Winkler an, oder wie der heißt. Der macht ja nur sowas und das ist ja alles wie aus dem Ei geleckt. Johannes Winkler hat dich letztens noch gelobt. Ja, echt? Ja, der hat einen Podcast, hat dann noch gesagt, dass die einzigen Tests, die er ernst nimmt, sind unsere. Mhm, cool. Und ja, da ist es halt noch so eine Sache, aber jetzt immer noch irgendwie Schwalbenstanzverbindungen, sowas mache ich gar nicht mehr. Ja, das meine ich ja, so eine schöne Schwalbenstanzverbindung. Das ist natürlich schöne Optik, das ist, das meine ich ja, das ist so, das ist die hohe Kunst, das ist das richtige Handwerk. Ja, klar. Aber das brauchst du auch keinen verkaufen, ne? Also das zahlt dir keiner. Nein, natürlich nicht. So, weiter geht's mit Philipp mit Doppel-P. Hallo Max und hallo André. Heute zeige ich euch mal meine Top 4 Werkzeuge. In meiner Werkstatt. Also, erstmal Top 1 sind uralte Werkzeuge, weil die kann man nicht zerstören. Also das ist eine Elu-Kreissäge mit Kappsäge, kann man dann den Tisch umdrehen. Dann hier eine alte Oberfräse von Metabo, saumassiv das Ding, hat aber leider nicht so viel Leistung, genauso wie die Tischkreissäge. Dann Nummer 2 sind hier meine Akku-Werkzeuge. Akkuschrauber, Flex, dann hier eine Stichsäge und eine Säbelsäge. Ich habe leider bloß zwei Akkus, weil die sehr teuer sind. Dann habe ich hier eine Absauganlage von Holzmann, ABS 3880. Die war sehr günstig, habe ich über die Kleinanzeigen gekauft. Und hier, das letzte, ist eigentlich nicht so ein Top 3 Werkzeug, sondern eher mal so ein Spaß für die Werkstatt. Eine Musikbox. Meine Augen, muss man irgendein Ding haben, weil sonst ist es einfach bloß sehr langweilig in der Werkstatt. Also, Servus und viele Grüße aus der Oberpfalz. Na, Oberpfälzer, das hört man natürlich. Der Tipp mit der Bluetooth-Box. Hier ist ja auch noch so ein Kollege, der relativ wenig Beachtung bekommt. So eine Munitionskiste als Bluetooth-Box umgebaut. Der Kollege sitzt, glaube ich, in Holland, der die verkauft. Relativ hochpreisig. So, alles Handarbeit, ne? Ja, alles Handarbeit. Das siehst du aber, ne? Ist Kleinserie und vom Sound allerdings ein bisschen enttäuschend, weil das Ding hat echt Strömungsgeräusche. Wenn du jetzt hier richtig Pegel gibst, dann klingt das unsauber. Vielleicht als Idee oder vielleicht auch als Anregung. Vielleicht hat ja jemand Bock, sich mal so etwas zu bauen, so eine Munitionskiste. Kriegst du gebraucht irgendwo auf Ebay. Elektronik kannst du ja auch zusammensuchen. Dann so Lautsprecherschassis und du musst natürlich hier ein Gehäuse reinbauen und das auch noch bedämpfen. Ja, klar. Weil sonst vibriert das ja ohne Ende. Erinnert mich auch gerade noch an das Thema Festool hat ja gerade eine im Systemer. Im Deckel aber nur, ne? Genau. Das ist eine reine Bluetooth-Box von Festool, kein Baustellenradio. Wir haben das noch nicht in den Fingern gehabt, aber ich stelle mir so die Frage, ob das Ding auch vom Sound was kann. Weil natürlich eigentlich das Gehäuse nicht so prädestiniert ist. Ja, ich verstehe den Schritt auch irgendwie nicht seitens Festool, weil ich finde dieses kleine Radio, was sie haben, finde ich super in Ordnung. Also was das denn auch, das ist super. Das haben wir ja auch, ne? Ja, genau. Ist für die Größe genial, muss man sagen. Absolut, absolut. Und ich finde, ich weiß jetzt auch nicht, warum wir das in so einem Sustainer-Deckel bauen, was das soll. Das ist auch relativ teuer. Der kostet ja das Sustainer 240 Euro oder sowas. Also Listenpreis bei Festool. Und ich finde das Radio ist einfach echt so klein und praktisch. Wenn du echt einen kleinen Akku da hinten dran machst, stellst du ja irgendwo eine Ecke in der Baustelle oder in der Werkstatt. Schade bei dem Festool ist nur, dass du jetzt hier keinen Haken hast. Um den Haken zu haben, um das irgendwo aufzuhängen, musst du den Akku rausmachen. Dann hast du hier so eine Adapterplatte. Dann hast du hier eine Adapterplatte. Jetzt könntest du es irgendwo hinhängen. Aber... Das war die Frage mit Strom, ne? Ja, dann musst du ein Netzteil haben. Ja, weiß nicht. Das macht dann für mich auch irgendwie keinen Sinn. Da hätte man so einen Haken noch meiner Meinung nach integrieren können. Oder zumindest so eine eingegossene Öse oder irgendwas, wo du dann Karabiner oder irgendwas dran machst. Aber soundmäßig bei der Größe kommt das schon an die, würde man sagen, kleineren Makitas ran. Ja. Also ich finde es super. Also wirklich. Ich mag ja noch die Größe. Ich bin auch so ein bisschen ein kleiner Perfekter von diesem Debald-Radio, was dir eigentlich sehr, sehr gut schmeckt. Weil mir ist einfach viel zu groß. Auch dieses Format ist in Ordnung. So finde ich noch. Aber ich finde das Festo ist halt einfach cool. Das ist einfach so ein kleiner, schnuckeliges Radio, was einfach in die Ecke stellt, so ein bisschen Musik ist. Ich brauche jetzt auch kein Konzert immer auf der Baustelle, sondern einfach nur, dass es ein bisschen wie Stallung ist. Das ist für mich so. Ja, dafür ist es perfekt. Ja. Ich höre auch ganz gerne mal ein bisschen Bass. Ein bisschen Pegel. Ja, gut. Ja, dann ist es ja gut. Und dafür, da habe ich dann eigentlich hier auch mit den, und da habe ich eigentlich auch mit den Makitas jetzt wieder Frieden geschlossen. Ja. Mit der neuen Serie hier, ne? Das ist ein Zapfwoofer. Ich weiß nicht, hier sieht man das eigentlich. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwerer. Ja, hier unten ist ein Zapfwoofer drin. Hörst du ja auch, ne? Okay. Und Antenne im Griff auch. Und DAB und Bluetooth. Ja, dann hatte Philipp eine Kombisäge. Cup und Tischkreissäge. Tischkreissäge. Von Elu. Von Elu, genau. Elu ist dann später an Stanley, Black & Decker verkauft worden. Und die Elu-DNA lebt heute in den Dewalt-Geräten noch fort. Deshalb hat Dewalt auch diese Kombisägen, die man halt so flippen kann. Wir haben euch ja mal eine Säge von Scheppach, war die, glaube ich, gezeigt. Ja. Wir haben sie, glaube ich, verlost, ne? Ja, klar, wir haben sie verlost. Vielleicht sieht der Gewinner ja zu und kann uns mal ein Feedback geben in den Kommentaren zu der Säge, wie er jetzt momentan mit zufrieden ist. Und was war noch hier angesagt bei Philipp? Der hatte noch eine Absaugungsanlage und hatte noch eine alte Oberfräse von Metabo. Absauganlage würde ich normalerweise nicht in die Top 3 nehmen, weil da gibt es erstmal einige Werkzeuge, die überhaupt den Schaub machen müssen. Und die Absauganlage, die erste, die ich mir gekauft habe, war wirklich, als ich einen Hobel hatte. Weil der Hobel macht ja wirklich so viel Spahnabfall, dass du mit einer normalen Absaugung eigentlich keinen Meter mehr hast. Weil A vom Volumen, aber eine normale Absaugung, selbst mit Zyklop, du hast ja dann einen 50er Schlauch vielleicht und das ist zu klein. Ja, klar. Der sitzt sofort zu. Und eine alte Metabo Oberfräse, er hatte nur den Nachteil, oder er meinte nur, hätte zu wenig Leistung. Leistung, ja. Mich haben in den letzten Tagen wieder relativ viele Leute gefragt über Instagram, Thema Oberfräsen. Ich muss mal dazu sagen, über Instagram und auch über Facebook geben dir eigentlich keine Kaufberatung, weil geht nicht. Da kannst du, brauchst du gar nicht anfangen. Deswegen wundert euch nicht, falls es mal nicht beantwortet wird oder wenn es in der Regel nicht beantwortet wird. Aber es schrieb jemand, ob man mit der Makita 700 auch richtig fräsen könnte. Würde ich sagen, definitiv, es sei denn, du machst jetzt wirklich richtig Hardcore-Sachen, dann brauchst du ein bisschen mehr Leistung. Ja, das ist halt nur die Frage, wenn du jetzt einfach, ja. Das ist ja auch Geschwindigkeit, Vorschubsgeschwindigkeit. Ja, vor allem, wie tiefer, welchen Hub du auch mal brauchst. Wenn du jetzt sagst, du fräst immer nur in einem Material zwischen 10 und 15 Millimeter, bist du eigentlich mit solchen Maschinen schon gut ausgelastet. Sei das aber sein, okay, du fräst auch mal 50 oder auch noch mehr und dann halt auch massiv holst. Ja gut, da wirst du mit einer 1000 Watt-Maschinen natürlich auch nicht mehr fertig werden. Und da brauchst du natürlich schon viel, viel mehr Leistung. Aber das ist ja auch immer, das ist immer so oft, was wir sagen. Kommt drauf an, was du machen willst, sondern was du auch machst. Wie gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Du musst immer gucken, was du mit der Maschine machst. Und wenn du erstmal kleiner anfängst und merkst, ich komme an die Grenze, dann kannst du ja vielleicht nochmal eine Nummer größer dazukaufen. Trotzdem, wenn du jetzt eine große Oberfräse hast, die würdest du nicht mal als Kantenfräse einsetzen, wie zum Beispiel die kleine Makita, ne? Ja, klar. Weiter geht's mit Sebastian. Guter André, guter Max. Gestern habe ich euren Livestream zumindest teilweise verfolgen können. Und da habe ich gedacht, heute nehme ich euch mal mit dann in meine kleine bescheidene Werkstatt. Auf geht's! Kurz zu mir. Mein Name ist Sebastian, bin 35 Jahre alt und Maschinebautechniker. Die Werkstatt hier war bei unserem Hauskauf vor zwei Jahren dabei. Es ist nicht mehr so das Neueste, aber es erfüllt noch seinen Zweck. Ja, was treibe ich dir so den ganzen Tag? In erster Linie mal Sachen, die mir in den Kopf kommen für unser Häuschen. Oder aber einfach, was mir Spaß macht, wie zum Beispiel, ich lerne jetzt Wigschweiße mit dem schönen Maschinenschen hier der Firma Güss. Oder aber durch meine zwei kleine Helferlein, was man hier ganz gut sieht. Getreu dem Motto, die Kinamare ist kaputt, der Papa macht's ja wieder ganz. Dann kommen wir mal zu meinen Top 3 Werkzeuge, die sich mehr auf der Seite der Werkstatt befinden. Ich wusste es. Hast du eben am Anfang gesehen? Um rechts das Makita-Schild. Dieses Makita-Schild mit dem Makita-Ökosystem. Das ist eigentlich so eine Erinnerung, so eine Visualisierung, das will ich alles mal haben. Achso, ich dachte, du meinst oben links. Ja, das Makita, genau, das gefräste Schild. Ja, aber da war auch so das Makita-Ökosystem mit den ganzen Geräten, sodass du weißt, ah, das könnte ich noch und das könnte ich noch und das könnte ich noch. Und wir haben hier schön mit Vitrine gemacht, perfekt. Sollen wir jetzt so Glasböden, ja, dann meint das ernst. Das wäre auf Platz 3 das Makita DMR 108 Baustelleradio, weil ohne Musik geht bei mir gleich mal gar nichts und wir können mal gucken, was hier so läuft. Unsere Playlist, wie geil. Uptown, Girl, TNT, Dating Believer, Cars, Goldener Reiter, Elektriker. Ja, unsere Playlist, wer die noch nicht kennt, einfach bei Spotify, Bauform24 suchen, dann bekommt ihr die Playlist angezeigt. Und die Playlist besteht zum großen Teil aus Zuschauerwünschen, aus einer Werkzeugnews-Folge, garniert ein bisschen mit meinem Musikgeschmack und die ist wirklich komplett durchgewürfelt. Von Hardrock bis Elektro bis Schlager bis, ja, also, ich finde, ich höre die selber immer noch ganz gerne. Die ist ja auch relativ, sie hat über 1000 Titel drin. Oh, so lang da, ne? Ich mache die immer auf Random und dann höre ich die ab und zu, beim Motorradfahren oder beim Werkeln. Ja, nehme ich eure Playlist. Auf Platz 2 wäre der DHP-484 von Makita. Für mich ist es der beste Kompromiss zwischen Maschine, Gewicht und Drehmoment. Und jetzt vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis an die ganze Makita Bekloppte da draußen. Ihr braucht den 481 gar nicht. Der macht nur die Handgelenke kaputt. Für Platz 1 konnte ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Deswegen habe ich alles, was ich auf Platz 1 sehe, in meinem Werkzeugkoffer drin. Das sind zum Beispiel die Vera Joker Ratsche Schlüssel oder auch der Knipex Ergo Strip oder auch der Pika Dry oder die 1,25 Zoll Vera Speed Knarre oder aber auch den GLM 50C, den ich übrigens auch auf Empfehlung von euch mal angeschafft habe. In dem Sinne, bleibt gesund, macht weiter so, ihr seid klasse und ich werde jetzt noch ein bisschen das Brutzel üben. Also dann, ciao, ciao. Die Hesse, denen fehlt immer das N, ne? Erinnere mich immer ein bisschen an Daniela Katzenberger. Ja? Der Akzent, ist das nicht auch? Kommt ihr nicht auch aus der Ecke da? Ja, ich glaube schon irgendwo. Aber bei der Katzenberger konnte ich mich noch nie so auf den Akzent konzentrieren. Oder Dialekt sagt man ja. Dialekt, genau. Eindeutig Makita Hardcore-Fan, würde ich mal sagen. Ja, schon. Er meint, 4,81 brauchst du nicht so. Ja, 4,81 ist ja auch das Thema, haben ist besser als brauchen. Der macht die Handgelenke kaputt, wenn es übel läuft. Denn der Makita hat keine Kickback-Control. Das heißt, wenn du jetzt hier wirklich mal im großen Forstnabor oder sowas arbeitest und das Gerät verkantet sich, dann macht es wirklich so und das ist schmerzhaft. Ich hatte auch mal eine Erfahrung damit. Ja? Ja, ich hatte auch mal eine Erfahrung mit Kickback. Ist irgendwo in den Outtakes zu sehen. Variante, falls er doch Kickback hat. Ja, der hat echt ordentlich, wie sagst du mal, Ivan im Erne. Ja. Aber der hat auch so eine Kickback-Control oder so eine Sicherheitseinrichtung, dass er dir nicht das Handgelenk bricht. Denn Kraft hätte er dazu. Ja, und ansonsten, das war ja schon ein bisschen mehr als Top 3, dein Werkzeugkoffer. Das ist natürlich ein kleiner Trick, ne? Ja. Ich kann mich nicht entscheiden, dann packe ich mal meinen Werkzeugkoffer. Und übrigens habe ich da das, 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 das. Ich kann dir aber zustimmen, GLM, klar, war ja auch eine Empfehlung von uns. Ich mag das Ding sehr. Preis-Leistung ist auf jeden Fall gut. Mega. Wir haben aber noch den GLM 120. Und den benutze ich dann schon wieder lieber, weil, haben wir es besser als brauchen. Und du hast diese Kamera-Funktion, die ja der 50er nicht hat, ne? Ne, ne, das stimmt. Und Pika-Dry hat ja mittlerweile einen knallharten Konkurrenten. Den werden wir euch demnächst nochmal zeigen, im nächsten Special Smarte Werkzeuge. Und weiter geht's mit Sven. Ja, guten Tag, liebes Bauforum24-Team. Heute stelle ich euch meine Top 3 Werkzeuge vor. Dann würden wir hier anfangen mit dem Engebert-Strauss-Maßband, 50 Meter Länge. Das gefällt mir besonders gut, denn das Band ist auf Stahl gefertigt. Das heißt, wenn man jetzt eine Wiese ausmisst, da würden spitze Gegenstände drin liegen. Und man würde das Band durch die Wiese ziehen, dann kommt es wie bei einem Plastikband nicht so schnell vor, dass dies kaputt geht. Als nächstes haben wir den Metabo PowerMax BS Quick 10,8 Volt Klasse. Dieser gefällt mir besonders gut, da er sehr gut in der Hand liegt. Sehr leicht ist und eben auch, wenn man jetzt etwas bohren muss oder eine Schraube beidrehen muss, dann kann man hier einfach Bohrfutter runternehmen und danach Bit wieder rein, etwas anschrauben und dann Bohrfutter wieder drauf. Und dann einfach Gas geben und los geht's. Dann zu guter Letzt hier meine Stihl MS 661C mit 63 Zentimeter Schneidgarnitur, Vollmeisterzahnkette, die gefällt mir. Also diese Säge habe ich auch bei meiner Top 3 dazu genommen, weil wenn man jetzt Bäume fällt im Forst oder so, mit dieser Säge hat man nie Probleme, weil es hier nie an Leistung fehlt. 7,3 PS unter der Haube und somit stellt kein Baum hier eine Herausforderung dar. So, das waren meine drei Werkzeuge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann noch schöne Grüße aus Luxemburg. Ja, Luxemburg, hat man auch so ein bisschen gehört. Ich finde, den Luxemburger Dialekt muss man immer so ein bisschen einordnen, weil es fast nicht wie ein Dialekt klingt, finde ich. Aber ansonsten die Stihl mit 7,3 PS, 63er Schneidgarnitur, da ist natürlich schon... Boah, da ist das im Duell so, boah, die zieht ja alle weg. Das ist quasi unsere beiden Slogans hier zusammen, ne? Das ist die Säge, die er da gerade hatte. Aber mit so einem Moped hätte ich ja gerne auch, glaube ich, noch was Kleines zum Entasten, weil mit so einem Kaventsmann da ausputzen und so ist dann natürlich nicht wieder so toll. Das ist halt Bizepstraining, ne? Was ich aber interessant fand, ist das Bandmaß. Warum hat er unbedingt ein Bandmaß? Also ich käme jetzt, wir kämen natürlich jetzt, also ich denke, wir kämen nicht auf die, die jetzt ein Bandmaß irgendwo... Zumal das ist ja ein relativ spezielles Bandmaß. Das ist ja nicht so ein Bandmaß, was der Handberger jetzt hat, so irgendwie drei, vielleicht auch acht Meter und die ganz speziellen Leute haben zehn Meter, sondern das wären 50 Meter. Das war schon sehr, sehr exotisch, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, wir machen wieder das Motto, ihr kommentiert und Brockschmidt spendiert. Es gibt ein Knipex Cobra-Zangenset mit dem Zangenschlüssel und der kleinen Wapu-Zange. Mega schön in so einem Etui. Haben wir beide immer gerne und empfehlen wir euch natürlich auch weiter, beziehungsweise verschenken euch eins, beziehungsweise wir verlosen eins. Und dann auch nochmal den Hinweis, das war auch wieder ein Vorschlag zahlreicher Zuschauer, dass wir dieses Format mal ein bisschen erweitern. Wir hatten ja letztens schon mal Schrottwerkzeuge zweimal, aber wir würden gerne mal eine Sendung machen mit euren ältesten Werkzeugen und dann noch ein Special mit Werkzeugen oder Vorrichtungen, die ihr euch quasi selbst gebaut habt, wo ihr irgendwo was gesehen habt, ein Problem hattet. Dann kam so ein bisschen Knopfhoff da rein und habt ihr was geschweißt, zusammengebraten, geschraubt, was auch immer und habt dann mittlerweile selber euch euer Top-Werkzeug zusammengebaut. Das würde uns mal interessieren, Zuschauer wahrscheinlich auch. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund und wenn ihr immer noch unruhig schlafen könnt, weil ihr nicht abonniert habt, dann macht das jetzt, aktiviert die Glocke und ihr verpasst keine Sendung mehr. Werkzeugnews wie immer, Mittwoch und Sonntag um 18.30 Uhr. In diesem Sinne, tschüss, bleibt gesund und bis dann.